Willkommen zu Frequent Traveller TV, heute die zweite Sendung, die ich aufnehme. Ich hoffe, ihr habt die erste Sendung vielleicht sogar schon gesehen, und zwar die Meilenmittwoch, aber an einem Samstag. Die frisch gepresste Folge habe ich ja heute auch wieder mit einem Thema, ich fange schon an zu stottern, weil ich gar nicht traue, das zu sagen. Fast Track ist illegal, ist das Beamtenbestechung? Das ist das Thema, was mich heute lustigerweise am meisten tangiert. Ich hatte auch mit schon unserem Doktor Matthias Böse fast gesagt, einen Gerichtsstreit angefangen. Er hätte mich vertreten können, weil er gesucht hat nach Leuten, denen die Fast Track Zugänge verweigert worden sind. Bei mir war es so, dass ich glaube, ich weiß nicht mal ganz genau, ob es Finna oder Erbaltik war. Es war aber in Berlin und da komme ich nicht beim Fast Track rein. Und ich meine, es wäre Finna gewesen, weil die halt nicht gezahlt haben. Aber lasst uns das Thema danach bearbeiten. Wir haben noch andere Themen und zwar totale Sonnenfinsternis. Was bedeutet das für die Crews? Was bedeutet das für die Passagiere? Am 8. April haben wir in den USA Sonnenfinsternis. Wir haben dann United 777 Notlandung in Rom. Und ich habe auch irgendwie noch von der 737 Max, da muss ich auch noch mal reden. Und zwar einmal darüber, dass eine bei der Landung das Fahrwerk verloren hat, weil die in so einen Manhole, also in so einen Schacht das Fahrwerk rein und weggerissen. Auch eine interessante Geschichte. Das kommt noch zusätzlich. Schreibe ich mir auch direkt auf. Das habe ich hier ganz vergessen. 737 Max Fahrwerk, gebe ich als Stichwort. Ich muss da noch eine ordentliche Überschrift hin. Und wir haben dann Southwest Airline Flugbegleiter, bricht sich Hüfte und Ellbogen bei einer turbulenten Begegnung in der Luft. Und wir haben Alaska Airlines, auch bei der 737 Max. Da hat Boeing dann verkackt 160 Millionen. Ja, kannst du nicht ausdenken. Dann Lufthansa Group hat auch Probleme bei Buchung und Checking gehabt. Ich bin gestern wahnsinnig geworden, als ich für Kunden gebucht habe. Das ging nicht. Und Kunden sind wahnsinnig geworden, weil der Checking nicht ging. Bei einigen Kunden gab es die E-Mail natürlich, dass das Checking geklappt hat, weil die automatisierte Checkings haben. Gucken wir mal kurz drauf, was die Hintergründe waren. Und als letztes Thema. Komm, Fast Track. Ist das illegal? Ganz genau. Also Beamtenbestechung sogar. Wollen wir starten? Ihr könnt den Kanal natürlich vorher abonnieren, Glocke anmachen, Like da lassen, kommentieren. Abonnieren und natürlich, wenn ihr liebt seid, Kanalmitglied schafft. Die erste Thematik, die wir natürlich haben, das ist Sonnenfinsternis. Und Sonnenfinsternis ist ja einmal, wenn man sich das Ganze anguckt, doch durchaus interessant, dass man das mit dem Ding vom Auge und so weiter sich anguckt. Und in den USA ist es soweit. Aber was heißt das am 8. April in den USA, wenn ihr zum Beispiel da fliegt? Und da ist es so, dass diese Eclipse, Solar Eclipse, wie das im Englischen heißt, komplett über 13 Bundesstaaten hinweg geht. Die NASA hat da sogar auch ein Video zu gemacht, was bei der Solar Eclipse passiert mit einer Karte. Und im Prinzip, was man sagen kann, ist, dass es in den Städten Buffalo, Indianapolis oder Dallas, wo es besonders gut zu sehen ist, richtig Rabatz gibt. Und zwar mehr als 20 Jahre haben die gewartet. Und müssen sie warten, wenn sie diese Chance nochmal haben wollen, das zumindest in Amerika zu sehen. Und am 12. August 2045 soll das dann soweit sein, nur dass ihr das wisst, im Kalender dann mal eintragen, dass man da dann Spaß hat. Und dank des neuen Mondes in Erdnähe im Perigeum, ich lese es ab, also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich hätte das alles auf Kette, ist es so, ein noch breiter Kernschatten quer über die USA vom Pazif bis zum Atlantik hinweg geht. Und da muss man halt wirklich schauen. Aber was heißt das, wenn man fliegt? Was das für die Cockpit-Crews heißt? Und zwar die Luftfahrtbehörde FAA hat auch deshalb nochmal einen Hinweis gegeben und da auch nochmal Dokumentationen gemacht, was man dafür zu tun hat. Und ihr seht ja, wenn das so lange dauert, bis man mit so einer Sonnenfinsternis konfrontiert wird, sind vielleicht viele, die es erlebt haben, schon gar nicht mehr am Fliegen. Und da ist es so, dass man Warteschleifen, Umleitungen und verzögte Startfreigaben zurecht, und auch entlang des Pfades natürlich der totalen Finsternis an den dortigen Vorken, könnte es mehr Überlastungen geben. Das ist ganz problematisch, weil man auf dem Vorfeld, ist ja auch, ist zappenduster. Was auch wichtig ist, dass man die Gewerkschaft von den Delta Airlines Piloten, die hat darauf hingewiesen, 2017 auf dem Pfad der totalen Finsternis, muss man mit dunklen Bedingungen oder mit total dunklen Bedingungen rechnen. Interessanterweise deckungsgleich mit der Bundeswehrkarte, nachts ist mit Dunkelheit zu rechnen. Also das finde ich jetzt ein bisschen zu banal, aber so ist das ein Schach. Und es ist so, dass man, es ist dunkel wie in einer Nacht mit Vollmut, kann also dann gar nicht so ganz so dunkel sein. Und Piloten sollen wachsam sein und darum bitten, dass die Flughafenbeleuchtung und andere nächtliche Seelen bei schwachem Umgehungslicht eingeschaltet werden. Kurz vor und nach der totalen Finsternis sei mit dämmungsähnlichen Bedingungen zu rechnen. Ja gut, ich erinnere mich auch an meine Flugstunden und ich hatte auch eine Landung kurz nach Sunset und da bin ich dann auch, das war Hannover und Hannover fragte, willst du die Landebahnbeleuchtung haben? Und ich sagte, ja, gib mir die volle Show und dann haben die alles angemacht, was die da hatten. Das war eine Flakbefeuerung vom Feinsten, war relativ cool für meinen Touch and Go. Also insofern nichts Ungewöhnliches hier, aber die Beleuchtung wird natürlich angemacht und das ist das, was die bei den Flughäfen ja auch machen. Aber es gibt auch Sonderflüge mit dem Airbus A220 und 321neo und so ist es dann auch so, dass man bei Delta mit diesen Sonderflügen von Austin nach Detroit oder mit dem 321neo von Dallas nach Detroit, da dann der Sonnefinsternis frönen sollte. Natürlich gilt auch hier nicht direkt in die Sonne reinzuschauen, weil es doch durchaus Probleme beim Sehen bereiten kann und da sollte man dann wirklich aufpassen. Jetzt wisst ihr, was ihr zu tun habt bei der Sonnenfinsternis. Wichtig ist auch bei United Airlines, die hatten wieder einen Vorfall, aber das ist jetzt wieder ein Triebwerksvorfall und da ist es so, dass aus dem Triebwerk Flammen gekommen sind. Das war eine Triple Seven 200 auf dem Flug von Rom 30 Minuten nach dem Abflug und zwar weiter sollte es nach Washington Dallas gehen, aber als man in 3.700 Fuß war, ist das linke Triebwerk, also links in Flugrichtung, abgefackelt und man ist dann zu 4.000 Fuß gestiegen, hat dann eine Holding gemacht und hat dann gesagt, dass man in Fiumicino eine Notlandung machen möchte, aber es ist einfach so, dass man dann auch nicht mit einem, zu einem Finger, also zu einem Jetway getaxied ist, sondern man wollte einfach sagen, man möchte lieber haben, dass man draußen irgendwo deplanet und dann auf Busse wartet. Gut, man sagt bei United, dass es dort Flight Safety ist, Paramount und so weiter und dass die Passagiere natürlich alle sicher zurückgekommen sind, aber man muss halt einfach sagen, dass in dieser Reihe der United F-Ups da natürlich viele Dinge immer wieder passieren und das ist natürlich auch so, dass diese 737-800 mit den 145 Passagieren, zum Beispiel die einen Teil von der Fuselage, also von der Hülle verloren hat, das war so ein Pendel an dem Flügel, ist das natürlich ein riesen Problem und man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, dass die Freunde von der FAA bei United richtig denen auf die Finger schauen. Jetzt wolltet ihr natürlich sagen, hey Larsemann, du hast uns ja noch weiter was versprochen. Ja, das habe ich und zwar ist das dieses Bild hier, so sieht ein Flieger aus, das ist die 787 Max, 737 Max, 787 Max, das ist schon ganz wuschig und zwar, weil ich gerade die 8 getippt habe, 8 Minuten 20, die ist in Houston von der Landebahn gerutscht und ist dann zum Stillstand gekommen, 160 Passagiere, 6 Crew sind dann aus diesem 4 Jahre alten Flugzeug als UA2477 geflogen und zwar ist das Flugzeug auf dem Weg gewesen von Memphis und sollte dann auch wirklich dort in Washington, Newquatch in Houston landen und ja, das ist dann halt passiert, wenn man dann halt wirklich die Warnung bekommt, dass die Landebahn einem ausgeht, also 1000 Fuß hat man noch, 300 ein bisschen Meter und weil er einfach gesagt hat, er möchte für den Passagier Komfort effizienter landen, also nicht, dass die Landung so hart wird, ich meine, ich habe in Hannover schon harte Landungen auf der 27 gehabt, rechts oder links, egal, wenn das der letzte Flug war für die Crew, die wollten den mittleren Exit haben, um nicht bis zum Ende zu gehen, ich weiß nicht, ob das BS ist, aber auf jeden Fall ist es so, dass er da wohl zu aggressiv die Pedale fürs Bremsen runtergedrückt hat und dann die Maschine angefangen hat, da dann zu schledern, als man in den Taxiweh reingedreht hat und dann ist das halt passiert, dann ist man in dieses Manhole gekommen, also dieses Schacht, Arbeitsschacht oder wie auch immer und dann ist natürlich das Triebwerk, schon das Fahrwerk abgezuckert worden. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, man kann sowas auch ausrechnen, wie lange man auf der Landebahn ohne zu bremsen halt rollen kann, um dann halt auch wirklich mit der optimalen Geschwindigkeit abzuräumen, das muss man halt jetzt nicht bei dem Autoland des Airbus abladen, das geht auch selber berechnet, ja, gibt da so Möglichkeiten, also ich kenne da auch Pilotinnen und Piloten, die das gemacht haben aus Spaß und ein Kollege, der noch fliegt, dem habe ich mal gefragt, er hat gesagt, 85% der Flüge hat er damals auf MD-80 so hingekriegt, mit 85% nicht zu bremsen, also geht es. Das war das versprochene Zusatzschmankerl, was ich euch gegeben habe, damit wir da auch wirklich alle Sachen von United covern und dass ihr nicht sagt, oh, was ist da dem wieder los. Was bei denen los war bei Southwest Airlines, das war auch nicht feierlich, da gab es Turbulenzen und zwar ist der Flug severe eingeschätzt worden von den, Turbulenzen, jetzt muss ich kurz gucken, wo meine Maus hingeschwungen ist, da ist sie, und zwar war das eine 737-700, die über dem Golf von Mexiko war und zwar in der Nähe von Tampa und dieses Flugzeug sollte von New Orleans nach Orlando gehen am 3. April, das war also quasi vor drei Tagen und ja, dann ist das so gewesen, dass es Turbulenzen gab und ein Passagier hat sich verletzt und Rückenprobleme bekommen. Man hat dann natürlich den Flug, das war WN, das ist Southwest Airlines, also 4273, eine Emergency gemacht und ist dann nach Tampa reingegangen anstatt nach Orlando, ist dann um 9.20 gelandet. Ja, das Interessante an der Geschichte ist halt wirklich, dass das natürlich nicht schön ist, wenn man sich dann als Cabin-Crew, die dann halt leider auch nicht angeschnallt sind und die sagt, warum sind die nicht angeschnallt? Ja, weil sie arbeiten, weil sie Getränke bringen oder irgendwas. Da dann die Hüfte, das ist echt unangenehm, das stelle ich mir jetzt zumindest vor, ich habe Gott sei Dank keine Probleme da gehabt mit einer Hüftebrechen, eigentlich Gott sei Dank habe ich nur einmal in meinem Leben einen Arm gebrochen gehabt, aber ihr könnt ja mal berichten, ob ihr da Erfahrungen habt und inwieweit das hübsch oder unhübsch ist und dann den Ellbogen, das stelle ich mir auch beides unheimlich scheiße schmerzhaft vor. Und jetzt sagt er, hm, war da nicht auch was mit Japan Airlines, dann sage ich euch, ja am 1. April gab es auch mit Japan Airlines was, auch ein Flug von Melbourne nach Tokio, da gab es dann halt ein Cabin-Crew, der oder die hat sich ein Bein gebrochen. Also das heißt, immer mit dem Arsch im Sitz gesessen und angeschnallt und ja, auch im Flug von Los Angeles nach Helsinki hatte ich zwei Momente, wo ich es vergessen habe, aber ich habe es schnell wieder gefixt, als Bett kam, habe ich natürlich meine Batterie verloren, ich hoffe, dass ich heute mal Lost in Fountain in Helsinki wiederkriege, wäre schade um die gute Anker-Batterie. Aber nehmt mit, schnallt euch an. Und wer sich auch anschnallen muss, das sind die Freunde bei Boeing und da war gestern ja genau das, was ich unter den Kommentaren nochmal gefunden hatte und euch dann mitgeteilt habe, dass der Kollege gesagt hat, ich mache mir Sorgen um Boeings Finanzen außerhalb der Aerospace-Geschichte, also das ist schon bei der, ähm, außerhalb der Space und der Defense, also bei, ähm, bei Rüstung Sachen, bei Fighter-Jets oder aber auch bei den ganzen Satelliten und Raketen, die sie bauen, bei der zivilen Sparte, weil jetzt mussten wieder 160 Millionen Dollar gezahlt werden an Alaska Airlines, 160 für die 737, äh, Türstopfen und, äh, diese Türstopfen-Geschichte ist natürlich etwas, was bei Alaska Kosten verursacht hat, diese Kosten sind auch nicht weiter beziffert worden, man hat da auch nicht jetzt irgendwas gesagt, aber man hat dieses dann gefunden, weil man das, äh, natürlich sagen muss bei der SEC und so weiter, aber es wurde halt nicht gesagt, was damit kompensiert worden ist, aber natürlich klassischerweise der Flugausfall, die Flugzeuge am Boden, dann die Flugzeuge wieder so zu kriegen, dass sie wieder fliegen dürfen, das ist das Problem, ähm, ich bin mal gespannt, was die anderen, ähm, von den 737 MAX 9 Operatoren, also die, die das Fliegen das Muster bekommen, aber 160 Millionen an Alaska Airlines, einfach nur weil der Türstopf rausfliegen, die Maschinen im Boden liegen, dann hat man mal eben den Wert einer neuen Maschine bekommen, also viel weniger kostet die 737 MAX wohl laut Liste nicht an dieser Stelle. Also ihr könnt da gerne auch nochmal was zu schreiben und, ähm, ja, also ich bin da mal wirklich gespannt, was da noch weiter vorkommt und ob Boeing jetzt wirklich endlich mal die Kurve kriegt für diese ganze Geschichte. Jetzt haben wir die Kurve zur Lufthansa und da gab es gestern Probleme, Sorgen enster Nöte und zwar bei Flugbuchungen, aber auch bei Check-in Thematiken und zwar ist das so, dass es bei den ganzen Netzwerk Airlines, ja, Eurowings ist auch ein anderes System, das ist in dem Fall einfach ein Blessing in disguise, ähm, gab es da am Freitag, den 5. April, technische Probleme, das war auf der Webseite auch verzeichnet und da steht das dann drauf, ähm, dass man dort, äh, bei der Austrian hatte, wo man stehen, zum Beispiel, falls Sie heute am 5. April ihren Abflug haben und nicht online einchecken können, kommen Sie doch direkt zum Flughafen, um aus den Airline Check-in-Schaltern einzuchecken. Längere Wartezeiten natürlich. Bei der Swiss stand dasselbe, aus technischen Gründen aktuell keine Flugbuchung, bla bla bla. Bei Lufthansa auch. Problem ist ein externer IT-Dienstleister, ich glaube, er fängt mit I an, mit B und M und so weiter geht es weiter, bin mir aber nicht sicher, ich möchte da nichts sagen, aber gehört habe ich es, dass die das sind, dass Watson mit Sherlock Holmes da Probleme hatte und, äh, auf jeden Fall ist das so, dass das am 9 Uhr aufgetreten ist und nach einer Stunde gab es dann eine temporäre Lösung, man hatte also einen kleinen Fix gefunden, was aber trotzdem nicht der hundertprozentige Fix war, ab und um 17.30 Uhr sind alle Systeme wieder verfügbar gewesen. Jetzt sagt ihr, ah, warum kriegen die das nicht hin? Ja, wenn da die IT aus den 60er Jahren noch irgendwelche Protokolle hat und so weiter, das ist alles alte Scheiße, also da müsste man mal wirklich alles nochmal einmal einstampfen, eindampfen und dann, ähm, da dann wirklich, ähm, neu machen. Ja, aber das ist nicht so. Und jetzt haben wir das letzte Thema, das letzte Thema, das finde ich halt unheimlich spannend und zwar war das auf einer Anwaltsseite so, dass man, ähm, dort, ich warte, ich muss noch die Zeit eintragen, äh, dass man dort geschrieben hat, dass, der Kollege geschrieben hat, äh, dass die, äh, Fastlane quasi Badenbestechung sein. Und das ist halt auch wirklich interessant, denn natürlich Statusgäste, Business Classgäste, First Classgäste können Fasttracks nutzen, FCT, auch eine interessante Frage, was heißt das für das FCT? Müssen jetzt Busse vom FCT gefahren werden zum Terminal 1 und 2 und dann auch zu den Gates, also dass es da so ein Pendelvergift gibt? Wäre natürlich cool, dass wenn man Arriving ist, dann bräuchte man nicht mehr, äh, im FCT, aber jetzt mal ernsthaft, also, ähm, es ist einfach so, dass man natürlich Fliegen nicht mag und viele von euch mögen Fliegen und ich liebe Fliegen, äh, nicht so, weil man sagt, das ist wie beim Zahnarzt, aber nicht wegen der, des Fliegens, sondern wegen der Sicherheitskontrollen. Und, äh, gerade in den USA mit meinem Global Entry ist das so, dass ich ja auch TSA-Pre-approved bin und ich gucke ja immer, dass ich eine Nummer habe, ich sehe gar keinen Boardingpass, wo das TSA-Pre-drauf ist, stehe mal ganz klein, äh, da. Und. Da brauchst du quasi gar nichts aus der Tasche zu holen. Ich weiß auch gar nicht, was die dann gucken, weil in dem Moment, wo mein Notebook als oberstes ist, sehen die gar nichts, was drunter ist. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die das gucken, weil mein Koffer, wenn ich den mit in Helsinki oder in Tallinn, wo mittlerweile auch jetzt diese Scanner sind, oder in Frankfurt diese, äh, Computertomographen, äh, da macht der es immer auf und zu und gucken und machen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir auf dem alten 2D, äh, äh, ähm, Röntgen-Ding da irgendwas sehen. Also insofern, toi, 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 dass da nichts passiert. Aber auf jeden Fall ist es so, dass es in Deutschland halt so ist, dass man halt bei der Fastlane und so weiter, ja, quasi, ähm, Amtsträgerbesprechung, Bestechung macht. Und zwar ist es so, äh, dass das nicht in Deutschland erlaubt ist. Und Till Zimmermann, das ist der Kollege, der das, äh, gesagt hat. Der ist Professor für Strafrecht an der Heinrich-Heine-Universität. Natürlich, wo ist sie anders als in Düsseldorf? Ähm, und der Beitrag wurde dann in der Juristenzeitung der Legal Tribune Online, also LTO, das ist halt diese Legal Zeitung, veröffentlicht, zweitveröffentlicht, äh, dass man dort eine Zweiklassengesellschaft hat. Und so wie es in USA ist mit TSL-Prä, das kostet ja Geld. Und dieses TSL-Prä wird ja jetzt dem, oder Global Entry wird ja preislich erhöht. Ich glaube von 100 auf 122. Also jetzt nicht so ganz so dramatisch, aber trotzdem. Und auf jeden Fall ist diese Zweiklassengesellschaft ineffizient, mit Kosten für Allgemeinheit verbunden und vor allem auch unfair. Und dann ist es so, die Vorzug einzelner Passagiere stellt eine strafbare Amtsträgerbestechung gemäß § 132, also 332, 334, da, äh, deutsches Strafgesetzbuch. Und zwar jetzt kommt das Zitat, und das lese ich wieder ab, bin ja kein Anwalt. Denn die Abwägung der Sicherheitskontrollen am Flughäfen inklusive der davon entstehenden Warteschlangen ist dem Staat zurechenbar, im Gegensatz zum Boardingsprozess, denn allein die Airlines verantworten, so sagen die Juristen. Die Frage ist natürlich jetzt auch, mache ich nicht strafbar, wenn ich das nutze? Und da ist es halt so, eine erkaufte zeitliche Vorzug bei einer Verwaltungstätigkeit als pflichtwidrige Ermessungshandlung und damit als Bestechung einzustufen. Gibt ein Urteil aus 1951, Aktenzeichen 3 STR 8251. Einen Moment, einmal sorry. Und, ähm, bin ganz aufgeregt. Äh, die Airlines haben jedenfalls bisher die Nutzung solcher Fahrerslands gar keine Zusatzkosten gezahlt, denn für alle Passagieren gelten dieselben genehmigungspflichtigen Luftheits-Sicherheitsgebühren. Mit anderen Worten, es wird dem Flughafenbetreiber gar kein strafreich erforderlicher Vorteil angeboten, versprochen oder gewährt. Äh, das ist übrigens, äh, natürlich, äh, ein Thema. Ähm, Kontrolle beginnt erst bei der Kontrolle. Das ist ja nur der Zugang. Und, äh, das ist natürlich so, dass man da natürlich jetzt sagt, aber man kann, äh, aber das kann da nicht stimmen, denn tatsächlich erreichen die Fahrstrecke-Passagiere die eigentliche Sicherheitskontrolle, das heißt, Ende der tatsächlichen Wartschlangen nur früher als andere. Und erst dann beginnt die Aufgabe der hoheleitlichen Aufgaben im Gestalt der Luftsicherheitskontrollen. Auch ein interessanter Standpunkt. Aber ich sag mal so, jetzt stellen wir uns doch mal vor, wir sind in einer Verkehrskontrolle. Und du kaufst dir halt ein besseres Ticket. Jetzt sagt das Straßenverkehrsamt, hey, wenn du deinen Führerschein nimmst, der kostet, ich weiß nicht, was ein Führerschein kostet, sagen wir einfach 30 Euro oder was, Ausstellung. Äh, und du nimmst jetzt unser Abo-Modell, ähm, dafür kriegst du unseren Führerschein Gold. Führerschein Gold heißt bei jeder Verkehrskontrolle, äh, bevorzugte Behandlung. Und dann hast du halt die Verkehrskontrolle und dann brauchst du halt nicht 20 Minuten warten, sondern nur 5. Hm, schwierig, oder? Deshalb habe ich für euch die Frage des Tages. Die Frage des Tages ist, was haltet ihr von Fastrecks und wie findet ihr diese illegal? Und ich bin mal gespannt, wer sie illegal findet, weil der Gemeinde Lufthansa sind dazu, sagt, top. Und der Gemeinde Ryanairflieger, der das teuer zukaufen muss, der sagt, ich gehe mal davon aus, ich bin da jetzt einfach mal so ein bisschen, ähm, gemein und presumptuous, wie man im Englischen sagt. Also, ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet und wie ihr das Thema seht. Wie lange haben wir denn hier schon die Sendung wieder? Ob ich jetzt wieder Zwangsende machen muss, weil ich zu viel sabbele? Ha, 20 Minuten. Also, auf jeden Fall an diesem heiligen Samstag die zwei Sendungen abgearbeitet. Ähm, ich finde es auf jeden Fall spannend und ich muss euch ehrlicherweise sagen, ich bin gespannt auf das, was ihr dazu sagt und wie ihr das findet. Und, ähm, ob das aus eurer Sicht illegal ist oder nicht. Und dann könnt ihr dazu schreiben, warum ihr es illegal findet. Das wäre natürlich eine klasse Sache. Ich persönlich wäre natürlich ein großer Freund davon, wenn wir Global Entry bekommen würden, wo wir halt wirklich das Ganze so machen, dass man gegen Zahlung das Ganze verschnellert. Ähm, das wäre dann ganz offiziell und wäre dann nicht so durch die Hintertüre, wobei ich aber mir nicht vorstellen kann, dass dann die Flughäfen nicht extra Geld nehmen würden von Fluggesellschaften. Also, das glaube ich schon, dass der Fast-Track-Zugang Geld kostet, weil ich bin ja abgelehnt worden mit dem Hinweis, äh, die zahlen nicht. Und das andere Thema, was ich spannend finde im Zusammenhang ist, diese Fast-Track, die sind ja im Moment kostenlos. Ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, diese, äh, Runway und wie die Dinger heißen halt in, ähm, Berlin und anderen deutschen Flughäfen, wo man sich vorher anmeldet. Ist das legal? Wahrscheinlich, weil da fließt ja kein Geld, ne? Und wenn Geld fließen würde, ist das vielleicht der Grund, warum es nichts kostet. Also, da für euch Diskussionsstoff. Wenn ihr Fragen, Sorgen, Ängste und Nöte habt, hier an dieser Nummer könnt ihr schreiben, können wir das auch gerne diskutieren. Ich muss weiter zum nächsten Call. Wir haben hier 4.38 Uhr in Helsinki. Um 5 Uhr habe ich meinen nächsten Call, um jemanden Glück zu machen mit der Kreditkarte. Danke euch, dass ihr heute dabei wart und denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen und natürlich wie hier immer, äh, Kanal-Mitgliedschaftshinweis und Abspann für euch. Also, bis dann. Danke. Ciao. Ciao. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020